Wenn deine Videos jetzt nur im Mai sind, dann brauchst du aber noch ein paar Wochen, Monate, bis du mal im Mai ankommst. Naja, ich muss jetzt, ich filtre jetzt extrem. Am Anfang habe ich fast jeden Rand als Video gemacht, jetzt nur noch, dann später nur noch wenigstens welche mit drei Kills, jetzt sind es da schon noch fünf Kills oder so. Oder es war ein guter Rand, der wirklich zwar nicht so viele Kills hatte, aber trotzdem irgendwie Spaß gemacht hat. Fünf eigene Kills? Rechnest du mal so? Nö, nö, nö. Fünf Kills. Egal wer. Dann kann ich das Video auch mal sehen, also wo wir drin sind, wo wir zusammen sind? Ja, wenn ich es fertig habe, sage ich dann mal. Achso, ja, schön. Ich glaube, hier habe ich was gehört. Ja, irgendwie wie schallgedämpft ist das, oder? Kann das sein? Nö, ich hätte jetzt... Welche Richtung? Pascal? Ja, ich hätte jetzt direkt hier gedacht, aber die sind aber nicht. Okay, manchmal bildet man sich was auch was ein. Hm, ich habe irgendwie was schallgedämpft, das mir eingebildet. Oh, ich meine, dort könnten sie nämlich kommen. Okay. Ich würde direkt drunter gehen, Pitching, oder? So, was meinst du? Ja. Ach, da ist ja noch ein Clou, ey. Bin ich tot. Karsten, der ist weiß, der weiß Bescheid. Ja. Sieht so winzig aus, Karsten, da hinten. Okay. Mal, wie ist der Blockbärm ja sowieso aufs Kacke gewirrt. Dann warten wir mal auf den kleinen Karsten. Hier könnte ich schon losgehen. Nein, nein. Nicht das, was ist jetzt. Falls was ist, muss man ja dann eh wieder zurückrennen. Na, ich wollte schon nicht sein. Ja, ja, wir warten. Ah, das habe ich schon so oft vom Kasten gehört. Das war immer der legendäre Spruch, wenn der Tod umfällt dann, ne? Ja, wird schon nicht sein. Wir brechen uns doch keinen Zacken aus der Krone. Wir haben nur noch kurz warten. Okay. Aber jetzt meine ich, sind jetzt welche von Cyprus gekommen? Das kann möglich sein. Oder? Ich meine, habe ich was gesehen? Von Cyprus? Da müssten sie mich ja gleich anschießen. Da sind welche, ja. Und schießen. Da müsst ihr mich ja gleich anschießen. Schießen die auf dich? Nein. Aber hat wieder gepasst. Das ist meistens so, ne? Wollen wir dann da mal rüber gehen? Ja. Ja, hat sich ja jetzt schon erledigt. Hm. Ups. Diese Schweine. Klauen uns einfach die Punkte. Aber wir sind sehr zerstreut, ne? Ich warte mal. Also ich bin Nummer eins. Ich bin die drei. Okay. Ich folge jetzt erstmal die Nummer zwei. Da müssen wir irgendwie sehen, dass wir zusammenkommen. Klar. Na, ich bin schon kurz vor der Halbkoste. Achso. Von der Seite. Ja, ja. Na, wir kommen über die Brücke dann. Auf dich zu. Mhm. Oh, ihr hast eine Versorgungsstation. Das ist gut. Ist dann noch ein anderes Team? Ne, ich mach das grad nur hier, äh, Rollatorplatz. Achso. Stickungsbomben, Mann. So ein Käse. So. Mal gucken, ob ich direkt eine Handy einkassier. Achtung, die linke Seite sind welche. Ja. Scheiße. Da renne ich schon im Zickzack. Zwei Leute hab ich da bis jetzt gesehen. Gut, das ist gut. Übers Wasser, ja. Bei mir. Bei mir hier. Okay. Den hast du? Hilfe. Hilfe. Ich weiß, dass der hinter mir ist. Kopfschutz. Eieiei. Warum kann man so stehen bleiben? Wieso tut man sowas? Ja, weil sie zielen. Ja. Oh, super. Da hinten ist auch einer. Hast du gesehen? Der ist aber getötet. Der rote wurde schon einmal getötet von mir. Okay. Boah. Es kasten wieder belegen. Ja. Oh, voll. Pass auf. Die anderen. Das andere Team hat auf mich geschossen. Baut die Team. Jetzt mal heilen. Da wirst du mich nicht wieder beleben, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, doch nicht schon. Oh. Die haben mich schon gesehen. Wieder kommen. Die schießen schon fröhlich. Mal gucken, wo ich den sehe. Oh. Da hat mir schon einen reingespitschert. Ja, so geht das nicht. Karsten, wenn ich jetzt sterbe, ne? Jetzt. Komm. Und weg. Hey, Karsten. Cool. Oh, scheiße. Karsten. Ja, was soll ich machen? Ich hab's ja geschafft. Ich hab dir gesagt. Ja, aber die warten. Ja. Ich muss ja auch aufstehen. Die warten auf sowas. Das ist für die ein Kill. Stimmt. Und du verlierst noch ein bisschen Leben. Ja. Und ich bin dann für den nächsten Mal doch weniger, also mehr im Arsch. Naja. Dann greifen wir jetzt an und dann was machen wir. Ja, müssen wir ja. Hat sie ja noch Embo? Ah, ist ja. Kriegen wir unseren Kumpel nicht mehr auf die Beine. Oh, da ist irgendwas runtergesprungen. Komm, auf den Kopf. Komm, hoch. Ja, was? Karsten, pack doch. Lauf. Du hast... Lauf. 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 Das reicht nicht aus, das Ding. Die Entfernung. Der Idiot. Nee, das stimmt nicht. Du hast einfach noch nicht getroffen. Boah, du hättest in so einen schönen Hiddy gehen können. Ah. Boah. Boah, der Gegner. Naja, das ist keine Chance. 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 Naja, das ist keine Chance.